Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einer Weiterhunde Survival Games. Hier auf meinem eigenen Server mit ein paar anderen Leuten. Ja, wir sind direkt los. Wir hoffen mal, dass es einem eine gute Wende wird. Ich habe Holzschwert. Oh, ich bin wieder auch mit dabei. Guck mal, du hast mir ein ganzes Hähnchen. Guck, guck. Hier, komm mal. Wo kam ein Schwer? Zwei Enderpellen. Ich hab auch zwei Enderpellen. Ein Pfeiler und das Wichtigste, was es gibt. Hast du einen Schwer? Mach mir unser Pfeiler schon in den Griff. So, jetzt komm ich wieder her. Oh, ich hasse es, wenn so ein Race Minimap Error ist. Ach ja, ich hab meine Leute auch nicht begrüßt. Hallo. Auf jeden Fall, ich werde seine Videobeschreibung mit ihm die um... Schreibung setzen? Schreibung packen, ne? Ja, ich auch. Scheiße. Was ist denn? Schreibung? Das geht nicht. Wie ich bin. Es geht nicht, wo ich bin. Wo ich bin. Ich mach keiner, wo ich bin. Schreibung. Wir was... Mir... Ey komm, den West... Das ist nicht... oder das Eisenschwert. Wie find's? Oh. Du, Junge! Schaffender! Komm, ich in Springer auf ihn. Und komm ich runter. 3 3 3 3 4 3 4 4 3 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 4 4 5 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 6 5 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 4 er schreibt so ich bin da schämen in der reihe zu wollen die Runde gewöhnt stark statt die ist ein scheißegal ich bin die Prozesse sie müssen die Kiste mehr müssen was schon muss immer ich habe gut so hat und schwarz die Hose für dich was soll das was im Boot ich auch, ich komm mit Oli Marsa verfolgt dich hat er ein Schwert? nö aber eine gute Wurstung, also ein Moospanzer Eisenschutz kann er vergessen war die Welt war die Welt ich geh mal ich geh mal auf dem Boot äh, ich hab ne Hose für dich ja, warte was immer ich hab ne Kettenhose für dich ich hab ne Hose für dich Oli Marsa, komm wieder, hast du ne Hose? ich hab ne Hose für dich, ja da im Wasser sie liegt ja ich hab's vergessen tschüss oh ja, ich hab ein Wurstung für dich boah danke und dann gibt's meine Hose das ist meine Hose du hast eine Hose, oder? ja alles komm lass mal wollen wir snacken, oder wollen wir lieber zum Boot so gut und passen aus und ein bisschen gut und zum guten Schwer auch Uhr und immer und jetzt mal die Böse und ich kenne ich bin da gleich ist die Folge und dann bleibt sie nach Hause die Komponenten die hoch war die Erwärmung rechtlich bin und wirken Krippern und Zeitzern bis nach das nächste war mal aber es wird sich nicht an jetzt haben wir untergeworfen und ich lebe noch zum Grund und mein Schaub der Kuh ich bin zu dieser Flankkiste Vollschwert. Ein bisschen bessere Rüstung. Also, wenn du kannst runterkommen, dann kann ich dem Schwer geben. Ja, ich sortiere mich ein bisschen. Wow. Äh, nice Rüstung. Obwohl... Bist du... Ja, ich hab jetzt mein Körper hier runter gemacht. Ich steh hier. Komm hier runter. Danke. You are no longer LP... ... oder OP. Ich mach das Kopf wieder okay. Danke. Okay, äh, küsst ihn. Okay, dann geh wir uns auf Skype. Ich mach das gleich mal. Okay, okay. Jetzt bräuch ich das ja noch. Was? Das ist mir erst schnell. Das ist der Tag nach mir. Das ist von mir so ein Verrecken. Da unten läuft. Am Sporen. Ach du, der ist gar keine Rüstung. Da gibt's mein Schwert. Wer ist das hier? Äh, Sky? Kann ich ihn killen? Jetzt. Hecker. 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 Und jetzt. das ist der Tag. Und jetzt. Und jetzt. einfach ein faires Bettel machen Oko anbremst und als Männer aber auch so was die Kettenschuhe nur ein Schuh sie dann sie sind gestorben und L da ist die Sonnabendung der Anwalt und auch in den Anwalt Uhr Oktober uns kann es ist sowieso jetzt schon ja die Sonne Aukur der Erlösung das konnte ich auch immer auf die Sachen die man hat was man schafft das Klappe es ist so da ist ein kleines Kind sozusagen die erste Runde gewonnen ist die zweite Runde und dann war es sagen bis zum nächsten Mal wenn es schön ist zumal Tschüss.